Schaff es zum grünen Rettungspunkt und du bist Millionär. Was? Ja, Mann, ich will... Ohne Tafelatur? Wie soll ich das ohne Tafelatur schaffen? Mit Sprachsteuerung. Sprachsteuerung? Probier es aus, probier es aus. Auf Deutsch einfach? Einfach sprich. Okay, geradeaus laufen, springen. Nein, zurück, zurück, zurück. Nein, stopp, stopp, nein, nein, nein. Geradeaus, geradeaus, links, links. Was machst du da? Geradeaus, rechts, rechts, nein, zurück. Zurück, 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 geradeaus, geradeaus. Nein, nein. Boah, Junge, dieses Ding geradeaus. Spring, 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 spring. Stopp, stopp, stopp. Oh mein Gott, du musst jetzt nur noch darüber. Okay, 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 ja, ich muss es schaffen, dann bin ich Millionär. Das Ding muss man verstehen. Geradeaus und springen. Oh mein Gott.